Ja, liebe Freunde des ElbkickTV, die Themen heute eine positive Bilanz einiger Aufsteiger, natürlich auch einige Enttäuschungen und der Stand im OZ-Pokal. Fangen wir mit der Oberliga an. Der FCM Zorn steht wieder an der Spitze dieser Tabelle mit zwei Siegen, zwei Spielen, 6 zu 0 Toren und 6 Punkten. Jetzt müssen sie nach Buchholz am kommenden, an diesem Wochenende und anschließend empfangen sie Norderstedt. Und wollen mal sehen, wie das dann punktemäßig aussieht. Dann kommt der weitere Aufsteiger, Bramfeld, ist Dritter, ebenfalls zwei Spiele, zwei Siege, 5 zu 2 Tore und 6 Punkte. Die Enttäuschung für mich in dieser Tabelle, in der Oberliga, ist Bergelow 85 und Halzenbeck-Rillingen. Beide haben 0 Punkte und stehen am Tabellenende. In der Landesliga-Harmonia-Staffel wurde U.H. Adler als Aufsteiger schon als Absteiger interpretiert. Und sie stehen jetzt mit zwei Spielen, zwei Siegen, 6 zu 0 Punkte an zweiter Stelle. Heute spielen sie beim HSV Dritte. Und ich habe mir am Dienstag das Pokalspiel gegen Kondo angeguckt. Und ich muss sagen, sie werden in der Oberliga von den Vormittagsspielen profitieren. Sie haben einen sehr, sehr guten Kunstrasen. Sie haben eine ehrgeizige Mannschaft mit vielen Teamplayern, positiven Spielern. Wenn ich bedenke, den Spiel habe ich auch mal gehabt, den Wojciech Slutowski. Wenn der sein ganzes Potenzial abrufen würde, dann wäre der noch weitaus stärker. Sie haben, wie gesagt, ehrgeizige Spieler, einen guten Führungsspieler mit Axel Möhring. Und ich habe auch im Clubhaus gesessen und muss sagen, es ist sehr, sehr gemütlich geworden. Sie haben draußen ein Zelt aufgebaut, eine Terrasse und eine familiäre Atmosphäre. Auch sicherlich ein Verdienst des Wertes Michael De Schepper. Dann haben wir die Enttäuschung der gleichen Klasse mit Poppenbüttel, die im letzten Jahr noch mit um den Aufstieg gespielt hat. Und Manny Lorenz geht jetzt noch nicht so ganz auf die Reihe. Zwei Spiele, null Punkte, stehen unten. Da muss noch was passieren. Letzte Serie, wie gesagt, und jetzt keine Vergleiche. Landesliga-Hansa-Staffel-Buchsehule, für mich eine Hochburg im Fußball. Lange in der Verbandsliga gespielt. Freut mich für diese Mannschaft, dass die zwei Spiele absolviert haben. Einmal haben sie gewonnen, einmal unentschieden gespielt. Mit vier Punkten stehen sie relativ weit oben. Die Enttäuschung für mich in der Klasse ist der Oberliga-Absteiger, Vorwärtswagger, an drittletzter Stelle, an drittletzter Stelle, wollte ich sagen. Bei zwei Spielen und einem Punkt. Dann kommt die Bezirksliga Ost. Alten Gamme ist vierter. Zwei Spiele, zwei Siege. 6 zu 0 Punkte und 6 zu 0 Tore. Ganz toll. Bezirksliga West. Hansa 11 ist dritter. Zwei Spiele, zwei Siege, sechs Punkte. Roland Wedel, vierter. Zwei Spiele, zwei Siege, sechs Punkte. Ganz hervorragend. Nun kommen wir zu den Otz-Set-Pokalspielen. In der dritten Runde gab es eine Überraschung. Für mich ist eine Überraschung, dass Kurslag Neuengamme 1 zu 2 zu Hause gegen Meindorf verloren hat. HEBC, ein Landesligist, kriegt das fertig. Norderstedt, den Oberligisten mit 2 zu 1 wegzuhauen. Und Blankenese, ebenfalls ein Landesligist, schlägt HR, den Oberligisten, mit 3 zu 0. Nun sind mit Bergerler 85, Kurslag Neuengamme, HR, Buchhaus 08, SC4 und Marschlande schon sechs Oberliga-Vereine raus aus dem Otz-Set-Pokal. Im Übrigen findet die Auslosung für die vierte Runde statt am Montag, dem 3. September 18.30 Uhr, im Clubhouse Altena 93. Gespielt wird diese Runde am Feiertag, Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober. Schließen wir diese ganze Sache ab mit dem Hinweis, dass morgen um 15.30 Uhr die DFB-Hauptrunde, das erste Spiel der DFB-Hauptrunde, WIGI gegen den Bundesligisten SC Freiburg an der Hohe Luft stattfindet. Das war's für heute. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Und denkt dran, am Wochenende, am Sonntag, Zeit Classics, eine Veranstaltung von einigen geliebt, von einigen anderen gehasst. Musik 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 Musik